Mein geiziger Vater gab mir das Geld LOL, um dieses Filzporträt zu kaufen. Oh, danke und seine Vorlieben. Mein Vater hasste Hunde immer, weil er als Kind von streunenden Hunden gebissen wurde und fast den Impfstoff verpasste. Er will also niemals Hunde anfassen, genauso wie er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Aber wie hat er sich verändert? Er gab dir sogar Geld, um einen Filz für den Hund zu kaufen, haha. Joyce Beharrlichkeit Sie versucht immer, meinen Vater glücklich zu machen. Bis Papa eines Tages an seine verstorbene Frau dachte und weinte, und Joey begleitete ihn durch eine schwierige Nacht. Das ist reine Liebe von Haustieren. Ja, mein Dad sagte, das fühlte sich an, um sich bei Joey zu entschuldigen, weil er sie so lange ignorierte, und du weißt, er denkt sogar zweimal nach, wenn er ein Stück Brot kaufte. Das ist reine Liebe von Haustieren. Das ist reine Liebe von Haustieren. Das ist reine Liebe von Haustieren. Das ist reine Liebe von Haustieren.